Extra 3 Busettis Woche Dieser Krisenrabatt, der richtet sich ja nicht an den einzelnen Tankvorgang. Da wird nicht für jeden einzelnen Besuch der Zapfsäule ein Bon mit dem Start abgerechnet, sondern die Gesamtzahl der Liter eines Tankstellenpächters, die er verkauft, diese Gesamtliterzahl, die wird mit dem Staat verwaltet. Darauf wird der Rabatt gewährt, sodass für den einzelnen Tankvorgang keine Bürokratie entstehen soll. Ja, das hat Herr Lindner doch ganz wundervoll erklärt. Da bin ich froh, dass ich keinen Führerschein habe und diesen Mann nicht verstehen muss. Das hier ist Folge 2 von Busettis Woche, dem neuen Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und da ihr bestimmt letzte Woche schon die erste Folge angehört habt, wisst ihr, der Podcast heißt Busettis Woche, weil es um Busettis Woche geht. Ich erzähle hier aus meinem Alltag. Was habe ich gegessen? Habe ich Liebeskummer? War das Klopapier alle? Nein, mein Leben ist natürlich super spannend, aber darum geht es nicht. Es geht um alles, was politisch und gesellschaftlich passiert ist. Es ist ein bisschen wie das Fernseh Extra 3, nur visuell ansprechender. Auch diese Woche bin ich nicht alleine. Ich habe einen großartigen Gast, er schreibt und spielt beim Browser-Ballett. Er ist klug und schön, auch wenn man das heute nicht so sieht. Schlecki Silberstein. Hi Schlecki, du siehst so mittel aus. Ja, ich bin ein Profi. Ich musste mich gestern besaufen. Das ist aber Teil meines Jobs, weil ich heute noch einen Dreh habe im Anschluss an diesem Podcast. Und dort spiele ich einen Junkie. Und weil wir gesagt haben, ach komm, da können wir doch an der Maske sparen, habe ich angeboten, mich einfach tierisch zu betrinken gestern. Deswegen sehe ich so aus, wie ich auch sehe. Ist das dann billiger als eine Maske? Ja. Tatsächlich verträgst du nichts? Nein, ich bin Profitrinker. Ich weiß genau, was ich trinken muss, um dann auch frühzeitig ins Bett zu fallen und trotzdem völlig verschädelt morgen aufzuwachen. Sehr gut. Aber nur Alkohol. Also Junkie ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das genug Einsatz finde als Junkie, wenn du nur Alkohol trinkst. Ja, also das ist immer so eine Mischkalkulation, sage ich mal. Okay, aber ich finde, du hast es optisch ganz gut getroffen heute Morgen. Dankeschön. Schön, ne? Einfach mal mit so einem Kompliment einsteigen. Ist doch ganz wundervoll. Ich freue mich sehr, dass du da bist, wirklich. Ehrlich gesagt sehe ich dich ja auch nur halb. Wir sehen voneinander jeweils ein Auge, weil da Mikrofone im Weg sind. Also ich kann es gar nicht so beurteilen. Ja, deswegen sitze ich auch so. Ja, das machst du sehr gut. So, ich würde sagen, wir steigen ein mit dem Cringe der Woche. Soll ich anfangen? Hau rein. Ich fange an. Mein Cringe der Woche, das peinlichste, was ich diese Woche gelesen habe, ist die Sache mit der Impfpflicht und dem Papiermangel. Hast du das gelesen? Oh ja. Schön, oder? Also wir können leider, ist ganz schön, weil wir haben uns jetzt alle Monate lang die Köpfe eingeschlagen in der Diskussion über eine Corona-Impfpflicht, um jetzt festzustellen, es geht gar nicht. Die Krankenkassen sagen, die können diese, ich glaube, 120 Millionen anschreiben an die Versicherten nicht verschicken bis Mitte Mai. Und bis dahin müsste das wohl passieren, weil Papiermangel herrscht, weil sie kein Papier haben, um das zu machen. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil uns das von der moralischen Frage entbindet. Ich finde es auf allen Ebenen schön. Erstmal mag ich es, wenn man als Satiriker auch einfach gar nicht arbeiten muss, sondern die Satire einfach so laufen lassen kann und beobachten lassen kann. Und ich finde es schön, es sagt uns alles, es geht nicht so schnell, es ist Entschleunigung, Papier ist ja eh geduldig. Ich mag das, das ist so ein analoges Ding, wo wir jetzt hier hängen bleiben. Das erinnert mich so ein bisschen an die alte Bundesrepublik, also wo man lange eben auf Dokumente und auf Schreiben und auf Aktenordner gewartet hat. Ich finde, dass es mich brügt, diese Nachricht. Ich finde auch ganz schön, dass wir ja einfach seit Monaten alle darüber diskutieren und jetzt so Mitte März merken, dass es bis Mitte Mai ein bisschen knapp werden könnte. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass es offenbar gar nicht wahr ist. Also die Papierindustrie sagt, hier, wir sind bereit mit den Aufträgen. Das ist ein völliger Unsinn. Das ist ja noch schöner. Und ich habe ja eine Lösung dafür, ich habe einen Lösungsvorschlag. Sag. Also folgendes, die meisten Leute haben ja Druckerpapier zu Hause. Das heißt, wir nehmen jetzt alle dieses Druckerpapier und wir schicken einen Brief an die Krankenkassen, so mit Anschreiben, sagen, hier, sehr geehrte Damen und Herren, hier mein Wisch für Ihr Anschreiben. Dann legen wir ein weißes Blatt Papier dazu und dann können Sie darauf Ihre Antwort verfassen. Und dann haben wir am Ende doppelt so viele Ressourcen und Logistik verschwendet, wie es sonst nötig gewesen wäre. Und das ist dann Bürokratie und Bürokratie können wir doch. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich, das gefällt mir deswegen, weil wir Deutschen, wir sind ja sowieso immer die Menschen der Extreme. Und wenn man jetzt so einen extrembürokratischen Vorgang anleiert, das finde ich gut, das gefällt mir. Und am Ende funktioniert es. Ja, am Ende, es ist zwar alles teuer und es dauert sehr lange, aber es funktioniert verdammt nochmal. Genau, es dauert sehr lange, es dauert wahrscheinlich bis in die nächste Pandemie rein. Also wir sollten dann, die Krankenkassen sollten dieses Anschreiben vielleicht so ein bisschen schwammig formulieren, dass die Impfpflicht nicht unbedingt für Corona gelten muss. Sondern das, was immer da als nächstes für ein Virus kommen mag, das dann gleich mit gilt, weil es wahrscheinlich erst, ich weiß nicht, in drei, vier Jahren bei allen angekommen ist. Das macht man ja mit diesen schönen Vertragsbegriffen auch, mit gegebenenfalls, optional und so. Das kommt da alles rein. Das ist gut. Ja. Was ist dein peinlichster Moment dieser Woche? Mein peinlichster Moment ist ein ganzer Monat schon. Und es ist cringe-worthy, was Wladimir Putin gerade abbildet, was er gerade darstellt. Also wir befinden uns jetzt einen Monat im Krieg und mittlerweile ist die Ukraine schon in der Gegenoffensive. Und wenn mir das einer vor einem Monat erzählt hätte, der hätten mir doch alle gesagt, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und was ich halt einfach mag, ist, dieser Mann ist ein solcher Vorsager, dass sie nicht darauf klarkommen. Ich bin leider in so einer Militär-Bubble drin, das ist so meine Filterblase, das hängt wahrscheinlich noch so ein bisschen mit meiner Bundeswehrzeit zusammen. Aber da geht wirklich alles in die Hose. Es ging halt los zum Beispiel, als ich mal ein Foto gesehen habe von der Marschverpflegung der russischen Soldaten, die war bis 2015 haltbar. Und das ist nur eine von wahnsinnig vielen Kapriolen, wo Experten, und mittlerweile bezeichnen wir ihn auch als Experte, kein Pfennig mehr auf Russland wetten würden. Hast du Wetten abgeschlossen? Nee, aber auch das beobachte ich... Das wäre nämlich auch so ein bisschen unangebracht. Man weiß ja sowieso nicht so richtig, wie man damit umgeht. Macht man Witze über Putin? Macht man überhaupt Witze über diesen Krieg? Aber ich glaube, Wetten abschließen ist so ein bisschen das Ding zu viel. Also ich sage, ich kenne das Thema ja auch, macht man jetzt Witze im Krieg, über den Krieg, über Putin und ich empfehle jedem, Witze über Putin zu machen. Denn er sollte unbedingt der Lächerlichkeit preisgegeben werden, der er sich selber preisgibt. Was mir sauer aufstößt, ist das, was Medien immer machen. Sie berichten über das, was am meisten klickt und das sind eben Bilder, die betroffen machen. Das gehört auch dazu, aber ich glaube, das ist natürlich genau das, was Putin gefällt. Er möchte ja so gesehen werden als jemand, der immer noch ein Mann ist, vor dem man Angst haben muss. Ich fände es gut, wenn man auch mal darüber berichtet, was eigentlich alles da in der Truppe in die Hose geht. Und ich glaube, dass man damit Putin mehr schaden kann, als mit diesem Narrativ, dieser gefährliche Mann. Ich glaube nämlich zum Beispiel nicht mal, dass er eine Atombombe hat. Oha. Okay, Moment. Moment. Das hat überrollt. Also ja, 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 weil das ist ja eine schwierige Frage und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir als Satirikerin, Satiriker, Künstler, wie auch immer, da dieselbe Aufgabe haben wie der Journalismus. Also der Journalismus hat ja erstmal durchaus die Aufgabe, auch über das Leid zu berichten. Und da keine völlige Täterfixierung zu haben, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber für uns ist es natürlich, was sollen wir machen? Uns über die Opfer lustig machen, ist ja Quatsch. Also ich mache seit Wochen nur Putin-Witze. Es ist wirklich, es ist sehr, sehr bemitleidenswert, wenn du dir alles anschaust, was ich die letzten Wochen gemacht habe. Nur Putin-Witze. Weil das aber auch richtig ist. Das ist ja unsere Aufgabe. Genau, das stimme ich dir völlig zu. Das ist genau, die Mächtigen der Lächerlichkeit preisgeben, absolut richtig. Aber Journalismus hat da ja eine andere Aufgabe. Und dass du jetzt sagst, der hat keine Atombombe, da bin ich jetzt, da wäre ich mal interessiert. Ist das jetzt Satire oder ist das wahnsinnig guter Journalismus, weil du als einziger Mensch der Welt weißt, dass er keine Atombombe hat? Das ist einfach klug kombiniert von mir. Ich sage, er glaubt, er hat eine Atombombe. Das glaube ich schon. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er wahrscheinlich sogar auch jeden Tag sagt, so wann zünden wir das Ding endlich? Aber das Problem ist, wenn du in einer Kleptokratie lebst, also sozusagen der Herrschaft der Plünderer, dann wird halt, da bescheißt jeder jeden. Und ich bin mir einigermaßen sicher, dass er natürlich immer sehr viel gemeldet bekommt, also wie viele Milliarden in sein Militär stecken. Aber das ist jetzt erstmal nur gemeldet. Und ich glaube, genauso wie er seine eigenen Leute bescheißt, wird er von seinen Leuten beschissen. Und deswegen wage ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und glaube, entweder gibt es da keine Atombomben oder die funktionieren nicht. Aber ich glaube, es gibt sie nicht. Das ist der Trick. Was mich da an der Stelle auch brennend interessieren würde, wäre, glaubst du, es gab sie nie und irgendjemand hat sich einfach das Geld eingesteckt, das dafür geplant war? Oder jemand hat die Atombombe geklaut? Weil das fände ich dann doch von Herrn Journalisten Schlecki Silberstein eine relativ dramatische Meldung. Du, das kann sehr gut sein, wenn eine da war, dass sie geklaut wurde. Also es ist ja nicht, ich erfinde das ja alles gar nicht, es ist ja schon eben bekannt, dass auch von vielen Militärbasen einfach auch sehr viel Diesel einfach verkauft wurde unter der Hand. Das Ding ist, ich glaube, Putin weiß gar nicht, wie viel Geld wirklich in seinem Militär steckt. Denn es funktioniert ja in der Keptokatrie so, du hast jemanden, der diese Verteidigungsausgaben eben ausgeben soll und musst immer damit rechnen, dass die Hälfte so ein bisschen abgezwackt wird oder noch ein bisschen mehr. Und dann hast du halt einfach solche Sachen, dass die beispielsweise mit Reifenimitaten fahren. Das ist einfach ein sehr deutliches Bild, wenn man sich halt eben auch mal anschaut, was haben die eigentlich alles für eine Ausrüstung. Die haben keine vernünftigen Schuhe, also die sind mit dem billigsten Material unterwegs, was man sich vorstellen kann, weil da einfach klug gespart wurde und auch eine kreative Buchführung gemacht wurde. Das finde ich, ob das nun wahr ist oder nicht, es ist wahr, weil du alles weißt, entweder weil du alles weißt oder weil du noch betrunken von gestern bist. Aber ich finde das sowieso ganz schön, einfach dieses Bild von Putin als Opfer von Desinformationen. Ja, natürlich. Weil er ja der große, wir haben übrigens einen sehr schönen O-Ton zu Putins Desinformationen. Das geht nicht gegen die Ukrainer, sondern gegen den Faschismus dort. Genauso wie wir im Zweiten Weltkrieg gegen den Faschismus in Europa gekämpft haben. Also es gibt Leute, die das glauben. Es gibt Leute, die alles glauben, was Putin sagt. Aber dieses Bild, dass Putin einfach scheißerzählt bekommt, das gefällt mir ganz gut. Ja, also sein Geheimdienst ist ja dafür zuständig, ihm Informationen zu liefern. Und wenn du halt diesen Diktator da hast, dann wirst du ihm sagen, was er hören will. Und du wirst ihm nicht sagen, was Phase ist, weil du dann vielleicht deinen Job verlierst. Und ich glaube, dass Putin tatsächlich sehr isoliert in diesem kleinen Zimmerchen da gerade sitzt und die ganze Zeit von seinen Leuten nur zu hören bekommt, ja, dass also die Faschisten da, ja, die sind ein bisschen hartnäckig, aber sie sind, es sind alles Faschisten und das läuft schon alles. Mach dir keine Sorgen. Ja, okay, das wird schon wahr sein. Aber ich finde, an irgendeinem Punkt überschreitet es die Grenze von dem lächerlichen Bild eines hilflosen Putins zu einem bemitleidenswerten Bild eines hilflosen Putins. Und das ist er nicht. Also ich glaube, der ist ja nicht doof, der Mann. Also er ist vermutlich ein bisschen wahnsinnig, aber ein ganz kleines bisschen. Aber er ist ja nicht so dumm. Er ist ja viel berechnender. Er weiß doch, dass er kein Recht hat, das Nachbarland zu überfallen. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass der seine Informationen von seinen einen Leuten bezieht und dass er bar jeder Ahnung ist, was da gerade passiert. Und er wird, das ist ja das Ding, also er ist jetzt nicht bemitleidenswert, sondern er ist halt einfach eine Flasche, hands down. Und er wird, wenn er in die Hölle kommt und er wird in die Hölle kommen, dann wird er die größte Lachnummer in der Hölle sein. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man dieses Narrativ an jeder Ecke stützt. Und deswegen finde ich auch deine Arbeit fantastisch in der Sache. Und es ist, glaube mir, es ist viel Wahres dran. Ich habe im Internet recherchiert. Ja, natürlich hast du das. Hast du nicht auch das Internet geschrieben? Teilweise. Ja, zu großen Teilen. Schlenke Silberstein, Autor des Internets, der alles weiß, das ist großartig. Sag mal, was war für dich der Gewinner der Woche? Mein Gewinner der Woche war Robert Habeck. Oh, schön. Denn mir ist einfach aufgefallen, dass er eine unglaubliche politische Macht hat, nur über diesen Dackelblick. Also, der kann alles mit seinem Dackelblick verkaufen. Und ich gucke mir das auch mal ganz gerne an, wenn er unterwegs ist in irgendwelchen Interviews und wir ihn vor allen Dingen Journalistinnen anschauen. Das ist Liebe pur. Und dann kann er eben halt auch nach Katar reisen und dann noch sagen, ja, das ist jetzt zwar auch, hier gibt es jetzt zwar auch nicht so nennenswerte Menschenrechte, aber versteht ihr nicht so ein bisschen auch mich und meine Situation? Ich hatte so ein bisschen Sorge, nein, wie ist das wohl, wenn ich das in your face anspreche, ob ich dann rausgeworfen werde? Aber so war es überhaupt nicht. Die katarische Regierung hat das aufgenommen. Sie wusste, dass es kommen würde und sie hat sich da auch klar zu bekannt. Also, der hat ja hinterher nochmal so ein schönes Video rausgegeben. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, während Schlecki Robert Habeck nachmacht, morft sein Gesicht auch so langsam ein bisschen ins Habeck-eske. Ja, ja, ja. Und ich glaube, er kalkuliert das nicht. Sondern ich glaube, er ist halt einfach so. Aber deswegen funktioniert es. Ja, ja, ja. Das ist übrigens lustig. Ich habe gerade, ich habe mir gerade einen Text darüber geschrieben, dass über seine Wuscheligkeit... Also, ich bin Mann und ich bin ja kurz vorm Einsprung, wenn ich an den denke. Und das ist, ich glaube, so ein politisches Talent hat man auf der Ebene noch nie gesehen. Ja, aber es ist eben nicht alles. Also, erstens glaube ich auch, dass er es nicht kalkuliert. Und ich glaube immer, dass die Leute es alles kalkulieren. Also, es ist schwierig, weil er ist natürlich, es ist natürlich alles ganz tragisch. Die Situation, in der er ist, die ist ja nicht schön. Und er versucht, dieses Problem zu lösen. Und das ist ein sehr, sehr undankbarer Job. Aber was er richtig macht, ist erstens die Kommunikation an sich. Also, selbst wenn er jetzt komplett unwuschelig wäre und keinen Dackelblick hätte, dann wäre das, glaube ich, gut, was er macht. Also, er thematisiert das Problem. Wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, er inszeniert sich in dieser Rolle des tragischen Helden. Aber so böse würde ich gar nicht sein. Also, ich glaube nämlich, er meint das auch wirklich so. Ich glaube es auch. Und das ist eben, aber das ist ein ganz neuer politischer Stil. Wir erleben sowieso viele verschiedene politische Stile. Was ich auch mag, ist, dass jetzt langsam der Anzug auch nicht mehr zum Politiker gehört. Also, das haben wir ja bei Macron gesehen, auch bei Scholz im Flieger. Es ist alles casual. Aber Habeck hat jetzt angefangen, Anzug zu tragen. Das enttäuscht mich ein bisschen. Ja, aber ich glaube, er hat diese Wuscheligkeit auch so ein bisschen in die Politik gebracht. Na, okay. Du vergisst Boris Johnson. Das ist eine andere Form der Wuscheligkeit. Ja, aber doch, es ist ähnlich. Es verbirgt sich ein komplett anderer Mann unter den Haaren, aber die Haare sind nicht so unähnlich. Das ist richtig. Ich habe einen Verlierer der Woche. Verlierer der Woche. Ich habe sogar ganz viele Verlierer der Woche. Und zwar Fridays for Future sind meine Verlierer der Woche. Okay. Das ist ja interessant. Genau, weil ich sie hasse, weil sie für Klimaschutz sind, die kleinen Bösen. Nein, natürlich nicht. Das ist Quatsch. Ich finde ihr Anliegen ganz toll und ich finde Fridays for Future auch gut. Aber diese Woche ist es so ein bisschen blöd gelaufen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder gelesen. Aber sie haben eine Sängerin, Ronja Malzahn, haben sie ausgeladen von einer Demo, weil sie Dreadlocks trägt als weiße Frau. Ja, das gehört sich ja auch nicht. Ja, und das haben sie, also sie haben gesagt, das geht nicht, das ist kulturelle Aneignung, das können die nicht machen. Diese Sängerin hat das dann öffentlich gemacht und dann kam eine große Diskussion in den sozialen Netzwerken. Und ich finde das grundsätzlich völlig richtig, das zu kritisieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Die Frage kann ich dir mal stellen. Findest du, man sollte sie deswegen ausladen? Ja. Findest du, man hätte sie in erster Linie einladen sollen? Auch das. Also du findest das sinnvoll, Leute einzuladen und dann wieder auszuladen? Ja, genau. Warum? Weil das Bambule erzeugt. Bewegung in den Medien. Also du hast so oft ja eins. Es gibt ja nur Gewinner. Fridays for Future hat gewonnen, weil man halt eben auch sein Profil darüber stärken kann. Und die, also ist erstmal meine Einschätzung. Und dann hast du halt eben Ronja Malzahn, die hat es öffentlich gemacht und war am nächsten Tag in der Bild-Zeitung. Ist auch ein gutes Promotool. Und deswegen, also ich selber, ich gucke mir sowas gerne an. Ich freue mich, dass die Leute dann eingeladen werden. Ich freue mich, wenn die Leute dann wieder ausgeladen werden, wenn es ein bisschen was zu erzählen gibt. Was ich am spannendsten finde ist, dass die Forderung war ja, sie solle sich die Haare abschneiden. Genau, genau. Das ist fast noch der schönste Teil. Also ich erkenne da so ein gewissen, so eine gewisse Sensationsgier in deinem, so ne? Okay. Kannst du, kannst du haben. Ich bin ein Mensch. Du bist tatsächlich. Hallo, hallo, ja. Ich sehe nur ein Auge. Ich dachte, du bist ein Zyklop. Aber hey, du bist ein Mensch. Gut, gute Nachricht. Endlich mal eine gute Nachricht in dieser zweiten Folge. Yay. Okay. Aber genau. Also ich finde, ich finde es eher ungeschickt für Fridays for Future. Deswegen habe ich sie als Verlierer der Woche, weil sie jetzt nicht so richtig gut dastehen. Vor allen Dingen aus zwei Gründen. Erstens, weil ihnen dann sehr öffentlichkeitswirksam unterstellt wurde, dass sie inkonsequent sind, weil sie Carola-Rakete nämlich sehr wohl auftreten lassen. Moment mal. Das wusste ich nicht. Aha. Genau. Das ist das eine. Und sie machen sich halt dadurch einfach auf so eine völlig unnötige Art angreifbar und auf einer Ebene, die ja auch gar nicht ihr Kernthema ist. Also das ist immer dieses alte Ding. Greta Thunberg hat da aber einen Plastikbecher einmal von weitem angeguckt. Deswegen lassen wir das mit dem Klimaschutz so. Also das wird halt einfach genutzt. Und das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Und das andere ist tatsächlich dieser, nennen wir es mal Vorschlag, ihre Haare bis Freitag, also bis zur Demo, abzuschneiden. Ja. Das ist schwierig, weil sie wollen sich natürlich gegen Diskriminierung stellen und dann schlagen sie einer Frau vor, ihr Aussehen zu verändern. Ja. Das heißt, sie sind in dieser Opfer-Schützen-Wollen-und-zugleich-Täter-Sein-Rolle. Und das ist nicht gut. Nee, richtig. Aber schön. Für dich. Ja, du findest es ganz toll. Du bist der Gewinner der Woche einfach, weil du es cool findest. Genau. Was ich gerne gesehen hätte, wäre ja, und ich hoffe, das passiert noch, wäre ein Kompromiss. Und zwar, wenn Ronja Malzahn sagt, ich werde mein Haar bedecken. Es könnte sein, oder wenn sie sagt, ja, ich habe mir die Haare abgeschnitten, ich komme aber mit einer Kopfbedeckung. Wäre das für euch denkbar? Ja. Und dann hätte ich gerne gewusst, was passiert. Also reicht der Glaube daran, dass sie ihre Haare abgeschnitten hat, oder braucht man dann auch Beweise? Ja. Oder sie schneidet nur die Hälfte ab. So als Geste. Ja. Irgendwie. Ja. Was schade ist, ist, dass es natürlich am Ende mal wieder eine Diskussion über Cancel-Culture ist. Und dabei wollen wir ja, also Fridays for Future will eine Diskussion über Klimaschutz, völlig zu Recht. Und wenn wir über kulturelle Aneignung reden, dann wollen wir über kulturelle Aneignung reden. Also ich habe bis jetzt auch noch nichts von dieser Sängerin gelesen, wie sie eigentlich zur kulturellen Aneignung steht. Ja, ja. Das heißt, wir führen jetzt mal wieder eine Diskussion über das völlig falsche Thema. Aber also, was ich schön fand, ist eben, dass sofort ein Bildreporter zur Stelle war, um sie auch zu Hause zu besuchen und ihr dann halt eben auch ein bisschen zu entlocken. Also er wollte ihr auch so ein bisschen Bambule entlocken und sie war da, sie ist da zum Glück sehr souverän geblieben. Also, wobei man natürlich eben in so einer sensiblen Sache, hätte ich jetzt nicht unbedingt die Bild-Zeitung reingelassen. Aber immerhin, hey. In allen anderen Sachen natürlich immer. Ich weiß, also ich finde, ein Shitstorm ist grundsätzlich auch ein total tolles Promotool. Also ich weiß jetzt, wer diese Sängerin ist. Ich habe mir das auf Spotify angeguckt. Sie ist jetzt bei mir. Das ist auch ein bisschen dieser Lisa-Eckard-Effekt. Also manchmal hast du einen Shitstorm und dann weißt du, wer die Person ist. Ja, du kanntest sie vorher nicht. Nee. Ich auch nicht. Und wie ist ihre Musik so? Schön, schön, schön. Ich habe mich mit der Künstlerin auseinandergesetzt. Sie kommt ursprünglich aus Osnabrück. Ich komme auch aus der Ecke und das ist so ein bisschen so tief Niedersachsen, Südniedersachsen. Oder der Südoldenburger Raum. Das ist so ein bisschen die Area 51 Deutschlands. Ich glaube, da hat man tatsächlich noch nicht so viel von kultureller Aneignung gehört. Und ich habe mich mit der Künstlerin auseinandergesetzt und werde wahrscheinlich auch ihr Album kaufen. Cool. Einfach, damit du dich daran erinnern kannst. Wenn das Cover geschwärzt ist. Ich wollte gerade sagen, wenn das Cover, vielleicht nicht geschwärzt, aber wenn sie nicht vorne drauf ist mit dieser Frisur. Naja, aber auch die alten Tokio Hotel Alben. Also wenn du dir da die Cover mal anguckst, sagst du gleich zwei weiße Herren mit Dreadlocks. Wie gehen wir damit um? Wie viele dieser Alben hast du zu Hause? Alle. Tatsächlich? Nein. Beruhigend. Klatschen vom Balkon ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen meine absolute Lieblingsrubrik. Weil es Applaus ist, aber es ist so ein Yay, hast du gut gemacht, Applaus. Und ich möchte diesen Applaus diese Woche spenden. Dem Gericht, vor dem der Drachenlord stand. Erläutere es bitte. Der Drachenlord. Ich bin mir unsicher, ob er nicht schon weltberühmt genug ist, dass man ihn gar nicht mehr vorstellen muss. Aber ich mache es kurz. Der Drachenlord ist ein fränkischer YouTuber. Ich glaube, er ist 32 Jahre alt. Er hat 200.000 Abonnenten. Die Besonderheit liegt darin, dass die meisten dieser Abonnentinnen und Abonnenten ihn hassen. Er nennt sie auch Hater. Ich kann fränkischen Dialekt nicht nachmachen. Hater. Vielen Dank, deswegen überlasse ich dir das. Er wird seit Jahren in einem Ausmaß gemobbt im Internet. Und es bleibt bei ihm nicht im Internet, dass wirklich erschreckend ist. Er ist, glaube ich, relativ ungeschickt, vor allem am Anfang gewesen, in seinem Umgang damit. Sodass er in einem Moment der Wut seine Adresse geleakt hat. Und seitdem stehen diese Leute Tag für Tag vor seinem Haus, bewerfen das Haus mit Farbe, beschimpfen ihn, versuchen ihn zu provozieren. Und wenn sie es schaffen, machen sie Videos davon, die sie ins Internet stellen. Und es stimmt aber übrigens nicht ganz. Bis jetzt war das so. Allerdings stehen die jetzt nicht mehr vor seinem Haus. Denn Folgendes ist passiert. Anfang des Monats hat Rainer Winkler sein Haus in Altschauerberg verlassen. Er hatte es an die Gemeinde verkauft, die es bereits abreißen ließ. Das soll die Hater davon abhalten, weiter in das nur 36 Einwohner zählende Dorf zu pilgern. So wenige Einwohner, so viele Leute, die da immer wieder hinkommen. Hunderte bis Tausende, die da zum Teil vor seinem Haus standen. Die Polizei, die ihn da auch nicht mehr groß beschützen konnte. Und er hat an einigen Stellen diese Leute angegriffen. Ich weiß gar nicht, ob es die richtige Wortwahl ist. Weil ich finde ja, das ist Notwehr. Aber der hat die, ich weiß nicht, der hat glaube ich irgendwen mit Pfefferspray besprüht. Der hat irgendwann mal einen Backstein nach jemandem geworfen und den Arm getroffen. Er hat einen Polizisten beleidigt, weil er seiner Meinung nach ihm nicht genug geholfen hat. Und dann stand er vor Gericht. Und dann ist er zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Ich glaube, das war letztes Jahr. Und da haben wahrscheinlich wirklich sehr viele davon gehört, weil da gab es diesen Artikel von Sascha Lobo, der sehr, sehr eindrücklich ist. Wenn ihr den noch nicht gelesen habt, lest den. Und jetzt ist das Urteil verändert worden in ein Jahr Aufbewährung. Er muss also nicht ins Gefängnis. Und ich finde, dafür kann man mal vom Balkon klatschen. Weil eigentlich ist es ja erschreckend genug, dass ein Gericht jemanden verurteilt, der einfach so klar Opfer ist. Ja, also ich habe, was ich halt eben auch, ich beziehe mich doch auf diesen Sascha Lobo-Artikel. Da ging es ja auch darum, dass Gerichte auch völlig ahnungslos waren. Die sind ja halt eben auch auf ein Narrativ reingefallen, dass dieser Drachen dort, dieser Winkler, dass der Antisemit sei und so. Also da hat sich auch ziemlich viel Material gesammelt. Und die haben sich halt eben vom Gericht, haben sich nicht mit der ganzen Story auseinandergesetzt. Was ich halt an dem Abriss des Hauses nicht verstehe, ist, diese 36 Leute haben, glaube ich, von diesem Drachenlord-Tourismus gelebt. Also warum macht man nicht einen... Haben Sie? Ich nehme es mal an. Also das wäre ein Standortfaktor. Das war ja das berühmteste Gebäude, diese Kapelle dort. Und warum macht man nicht ein Drachenlord-Museum draus? Das verstehe ich nicht. Aber ich kenne die Leute da auch nicht. Nee, ich kenne die auch nicht. Aber ich glaube, dass die Anwohnerinnen und Anwohner es tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, anders sehen. Wir hoffen, dass es so bleibt, dass dann wirklich keine mehr kommen, weil wir wollen endlich einmal wieder unsere Ruhe haben. Das heißt, so richtig begeistert wirkten Sie jetzt nicht, oder? Also man weiß jetzt nicht, ob Sie das sagen mussten oder gesagt haben. Ich habe mal lange Zeit Werbung gemacht für das Land Baden-Württemberg. Und da ging es halt auch immer darum, was macht eben eine Region zu einem echten Standort? Und wie funktioniert eigentlich auch Tourismus-Marketing? Und deswegen verstehe ich nicht, warum man das Haus abreißt. Das verstehe ich allerdings auch nicht. Man hätte da Getränkestände und eine Hüpfburg hinbauen können. Ja, die Leute pilgern doch noch weiterhin. Und vor allem ist es ein faszinierender Künstler, wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern er das bewusst gesteuert hat. Aber man muss ja auch sagen, diese Leute, die da gekommen sind und die ihn bedroht haben, die haben ja auch wirklich jeden Tag seinen Marktwert gesteigert. Also natürlich, ich glaube, niemand will in seiner Haut stecken. Aber was ich spannend finde, ist auch, dass wir mittlerweile, dass das Hass ein Event ist. Das war ja, also die Leute sind ja tatsächlich auch dann zur Urteilsverkündung gepilgert. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie stuft man das ein? Ist das Event? Ist es Kunst? Was ist es? Es ist furchtbar. Okay, ja. Es ist wirklich, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und ich bin mir unsicher, ob die Sache mit der Sensationsgier da noch, ob wir die da noch anwenden sollten, ehrlich gesagt. Also klar, du kannst natürlich sagen, ja, aber er hat ja auch was davon. Was würde er sonst aus seinem Leben machen? Ich weiß nicht, was er sonst aus seinem Leben machen würde. Vielleicht wäre sein Leben sonst sehr viel durchschnittlicher möglich. Vielleicht wäre es über, vielleicht wäre es auch unterdurchschnittlich. Ich weiß es nicht. Das Ding ist, er weiß es auch nicht. Und vielleicht wird er es so schnell auch nicht erfahren. Also ich habe auch dann so Berichte gehört über diesen Gerichtstermin. Ich habe ja irgendeinen Artikel gelesen, in dem irgendwie stand, naja, nur eine Gefängnisstrafe hätte das ja alles beenden können. Und wie krass ist das bitte? Was ist das für eine Aussage? Nur wenn das Opfer dieses immens großen, gewaltbereiten, ekelhaften Internet-Mobs, nur wenn das zu einer Haftstrafe verurteilt worden wäre, hätte man das beenden können. Das kann doch ganz ehrlich nicht sein. Also ich wollte gerade sagen, in einem Land wie Deutschland, aber ehrlich gesagt nirgendwo. Aber die Hater, ich habe mich da auch mal reingelesen ins Thema, die Hater hatten auch wahnsinnige Panik. Also das war so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn er im Knast gelandet wäre, da wäre natürlich auch die Party vorbei gewesen. Also es gab sehr, sehr viele, also das fand ich auch fantastisch. Ich glaube auf irgendeinem Can-Forum, empfehle ich nicht, aber habe ich es gelesen, dass da auch diskutiert wurde. Na toll, also sollen wir es jetzt feiern oder sind wir da zu weit gegangen? Aber nicht, weil es um diese Personen ging, sondern weil einfach kein Content mehr kommt, über den man sich sozusagen weiter in dieser Szene definieren kann. Es war durchaus kontrovers diskutiert worden in dieser Szene. Das finde ich ein gutes, gutes Argument gegen die Haftstrafe. Die armen Hater, was sollen sie dann mit ihrem Leben anfangen? Komm, wir kommen mal zu was Positivem. Wir haben eine Rubrik, die Positives geradezu herausfordert. Schlecki Silberstein, sag doch mal was Nettes über Rainer Wendt. Dem Polizeipräsidenten. Streng genommen ist er der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Was ich mag an ihm ist sein, seine, ich sage mal, dieses gewisse Etwas, das man fast nicht in Worte fassen kann. Also Wuscheligkeit ist es nicht. Nein, 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 es ist eine Form von, dieses je ne sais quoi. Also ich glaube, er ist, ich glaube, er ist ein Wommenalsam. Oh, das kann ich nicht bestätigen. Hast du ihn ja kennengelernt? Nein. Aber ich bin mir, ich weiß das, steht im Internet. Nein, ich weiß das. Ist er, ja. Also er hat ja, er sagt grundsätzlich gute Dinge über Frauen. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Ich möchte ein Zitat von ihm anbringen, das er über die grünen Politikerin Emilia Fester gebracht hat. Vielleicht hören wir kurz erst Frau Fester. Wissen Sie, was wirklich lächerlich ist? Wenn Sie und Ihre FreundInnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann, dann wäre ich jetzt wieder frei. Dann wären wir alle wieder frei oder zumindest freier. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück. Emilia Fester, lustige Rede, über die können wir gleich sprechen. Im Bundestag, nicht an Rainer Wendt gerichtet, möchte ich noch dazu sagen. Eben, eben. Aber er hat sich trotzdem berufen gefühlt, etwas dazu zu sagen. Das heißt nicht, dass er es nicht kommentieren kann. Genau. Er hat folgendes dazu geschrieben. Ich, 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 ich. Glücklicherweise ist diese Ich-Göre nicht stellvertretend für ihre Generation. Dieser Rotzlöffel ist auch keine Volksvertreterin. Sie ist einfach nur eine lächerliche Ich-Vertreterin. Kein Wunder, dass die Welt über Deutschland lacht, dass sich solche lächerlichen Kindchen ins Parlament holt. Boah, das wusste ich gar nicht. Der Teil der Nachricht, das ist ja interessant. Guter Typ, oder? Ja. Guter Typ, das ist schön. Und ich finde, da offenbart sich erstens ein ganz wundervolles Demokratieverständnis und aber auch ein ganz tolles Frauenbild. Also du, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich ist er absolut Womanizer. Er ist auch gerade einfach attraktiver geworden. Es ist dieses Push-and-Pull-Ding, du musst auch ein bisschen dagegen halten. Ich weiß es nicht. Es ist nur seine Wirkung. Ich hatte jetzt, wie gesagt, diesen Kommentar von ihm hatte ich jetzt nicht gelesen. Lass mich kurz darüber nachdenken, ob ich da meine Meinung über ihn revidiere. Nein. Ich habe zu ihm gedacht, du bist auch ein Mann. Ich finde, diese Rede von Emilia Fester, hast du die gehört? Gerade eben. Gerade eben, okay. Okay, ja, die ist natürlich sehr emotional. Es ist aber ein bisschen schwierig, weil ich finde das jetzt keine großartige Rede, also aus verschiedenen Gründen. Ich finde aber immer interessant, dass Frauen nicht so sein dürfen. Also die ist 23, das ist, glaube ich, die jüngste Bundestagsabgeordnete. Und man spürt das, finde ich auch. Aber es ist immer so, diese Emotionalität, die sich ja auch dann manchmal in einer überschlagenen Stimme... Frauen ist das irgendwie so nicht gestattet. Ja, das sollen die nicht machen. Also das ist zumindest das, was die Öffentlichkeit immer wieder spiegelt. Und das ist halt so. Philipp Amthor war zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lange der Jahre her ist, da war er ähnlich emotional, ist er mit der AfD ins Gericht gegangen. Und da hat man eben gesagt... Philipp Amthor war emotional? Ja. Oh mein Gott. Ja, ja. Aber da war es halt eben nicht... Also bei Männern nennt man das couragiert. Genau. Bei Frauen nennt man das emotional. Das ist eben der Unterschied. Und bei Philipp Amthor, der saß dann... Witzigerweise saß ich dann irgendwann mit Philipp Amthor im Taxi auf dem Weg zu Lanz, weil er auf Basis eben seiner Courage dann bei Lanz eingeladen wurde, als dieser junge, aufstrebende und durchaus eben couragierte Mann. Und das finde ich immer so schade. Die Auslegung, wenn mal eben bei einer Frau, wenn der auf Deutsch gesagt der Arsch platzt, das ist nie... Also das wird nie aufgenommen als... Ja, da ist jemand mit Leidenschaft auch bei der Sache. Sondern es ist meistens emotional. Mädchen, komm. Genau. Also es gibt, glaube ich, zwei Missverständnisse. Es gibt einmal das Missverständnis, dass eine emotionale Frau keine erwachsene Frau ist. Also hört man ja sofort, geht es um Göhre. Ja, sobald du emotional bist, bist du auch ein bisschen so ein Mädchen. Genau, du bist ein Mädchen. Und was so ein bisschen eklig ist in dem Zusammenhang ist, du bist auch untervögelt. Also du hast auf jeden Fall, du hast Sexmangel, das ist so das Ding. Und ich finde grundsätzlich auch wirklich geschlechterunabhängig, eine komplett falsche Wahrnehmung, dass Emotionalität Rationalität ausschließt. Also wir werden ja nicht dümmer, wenn wir emotional sind. Aber das gilt nur für Frauen. Also das gilt auch nur für Frauen. Ja, das ist nur, bei Männern ist es ganz, ganz anders oder gelten die Regeln anders. Ich frage mich, was ist der Weg für eine Frau, also was ist der Woman-Way, da in der Sache ernst genommen zu werden? Das frage ich mich immer. Also gibt es da irgendwie ein Best Practice oder wirst du als Frau nur dann ernst genommen, wenn du schon die 60 überschritten hast und dann irgendwie so ein bisschen dieses Merkelige hast? Also Frau Merkel ist ja so ein bisschen ein Spezialfall, glaube ich. Aber Frau Merkel wurde ja auch immer sehr übel genommen, wenn man ihr angemerkt hat, dass sie eine Frau ist. Also ich erinnere mich an diese Diskussion, als sie mal einen Ausschnitt getragen hat, einen Kleidbild-Ausschnitt. Das ging nicht, weil die Leute das einfach vorher erfolgreich verdrängt haben, dass sie eine Frau ist und plötzlich waren da Brüste. Oh mein Gott. Naja, das ist eben der Trick. Also du musst halt eben, dass deine Weiblichkeit auch das Frau sein, das musst du halt so gut es eben geht verdrängen. Genau, du musst diese Klischee männlichen Eigenschaften dir aneignen und dann bist du aber trotzdem, du wirst nicht befreit von dem Urteil. Also du wirst trotzdem fragen die Leute sich dann ein bisschen, was mit dir falsch gelaufen ist, dass du so männlich bist. Ja, aber also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so Karriere-Tipps oder Karriere-Ratgeber für Frauen durchliest, dann steht da eigentlich zwischen den Zeilen, du musst wie ein Mann werden. Genau. So, und das ist jetzt erstmal eine Empfehlung, die im Raum steht. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist, aber so wird es teilweise wahrgenommen. Doch, doch, doch. Ich finde das eigentlich auch ein ganz schönes Fazit für diesen Podcast. So, wenn ihr erfolgreich sein wollt, liebe Frauen, weil eigentlich, das haben wir euch vorher nicht gesagt, aber eigentlich ist das ein großer Karriere-Tipp-Podcast hier. Wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann seid wie ein Mann. Genau. Schaut uns zu, lern von uns, dann geht's bergauf. Seid wie Schlecki. Genau. Genau. Aber wir sind noch nicht ganz durch, denn es gibt die ARD Audiothek. Ich weiß nicht, ob ihr die ARD Audiothek kennt. Es ist ein ganz toller, es ist ein wundervoller Ort. Es gibt Einhörner und Feen und sehr gut aussehende Kobolde, aber man sieht das alles nicht, weil es ist ja nur Audio. Es ist wunderschön, es ist ganz, ganz toll. Ihr seht das nicht, aber ihr hört es. Und weil es so toll ist, möchte die ARD natürlich sehr gerne, dass ihr an diesen ganz tollen Ort kommt. Deswegen gibt es in der Audiothek noch eine längere Version. Das heißt, wir reden jetzt noch ein bisschen weiter. Und wenn ihr hören wollt, was Schlecki mit seinen Nasenhaaren tut und ich mit Fernbedienungen oder auch in Kombination, dann hört euch diese Folge in der Extended Version in der Audiothek an. Wenn ihr dazu keine Lust habt, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Nächsten Freitag ist Thorsten Sträter zu Gast. Das wird ganz toll. Abonniert diesen Podcast. Danke, Schlecki, dass du da warst. Das war sehr schön. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Okay. War es das? Ja. Ja? Dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt. Das mit der Glocke. Das mit der Glocke.